Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 59.100 US-Dollar. Unser Plan ist aufgegangen. Die Long-Position hätte bei vielen Leuten mittlerweile getriggert worden sein. Hier unten, wir haben unser Tiefere-Tief bekommen. Daraufhin mittlerweile den Aufkauf nach oben. Und jetzt eine leichte Seitwärtsphase. Ob wir jetzt doch noch unser Ziel von hier oben knapp 61.500 US-Dollar erreichen werden, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold und die anderen Märkte gucken. Es gab noch zwei weitere Trades, die getriggert wurden, beziehungsweise wo die Take-Profits getriggert wurden. Auch das werden wir uns anschauen. Und warum ich ein richtig mieses Gefühl habe für nächste Woche. Auch dazu werde ich mal ganz kurz was sagen. Ansonsten, bevor wir hier durchstarten, lasst das Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt auf all das, kommt da gerne rein. Ansonsten, börsentechnisch, wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden oder auch zum Spot kaufen, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort mache ich momentan einfach alles. Forex, Krypto, alles mögliche. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise unten in der Kommentarspalte. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, wir kommen momentan bei 59.150 US-Dollar. Wir sind auf dem 1-Stunden-Chart unterwegs. Da sehen wir gut, was gestern dann abging. Nachdem wir erst unseren Dump hatten hier auf knapp 58.000 US-Dollar, habe ich dann gestern ja im Video gesagt, okay, best case für uns wäre, wir kriegen hier eine Bullish Divergence mit einem doppelten Boden und dann nach oben. Doppelter Boden, passt. Bullish Divergence hat auch gepasst. Volumentechnisch hat es auch gepasst. Und jetzt haben wir aber momentan so eine leichte Seitwärtsphase, beziehungsweise die letzten Stunden tut sich hier ehrlich gesagt gar nichts und schon wieder so eine Art von einem Triangle, was wir hier zumindest mal kurz einzeichnen könnten oder einen Blick behalten sollten für ein mögliches Breakout. Juckt uns aber ehrlich gesagt nicht. Für alle, die in diesem Trade mit reingegangen sind, Stop-Loss-Entry, ersten Take-Profit nehmen und erstmal zurücklehnen und nichts mehr machen. Den zweiten Take-Profit würde ich an eurer Stelle hier bei diesem Hochnehmen bei ungefähr 60.000 US-Dollar. Ist eine glatte Marke, vielleicht 59.950 den zweiten Take-Profit anlegen und dann den dritten hier oben bei 61.450 US-Dollar. Also der Plan bleibt erstmal, long ist getriggert. Short-technisch würde ich jetzt dann Folgendes machen, sollten wir hier hochkommen in unseren Short-Bereich, also in diese grüne Box hier oben. Vielleicht ändere ich mal die Farben und mache die Short-Bereiche mal rot. Ist vielleicht nochmal ein bisschen besser. Gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet, wenn ich so Short-Bereiche eher mal rot einzeichnen soll, statt immer diese grünen Boxen. Ja, hier oben würde ich dann auf jeden Fall die Short-Position aufmachen, sollten wir bis dahin noch die Long-Position offen haben. Weil ich will das so ein bisschen als Hedge laufen lassen. Das heißt, immer nur die Hälfte der Ursprungsposition dann als Short-Triggern und dann mal gucken, was passiert. Ansonsten, wie gesagt, wir sind jetzt hier erstmal auf Stop-Loss-Entry und der Markt kann uns erstmal völlig am Popo egal sein. Oder was weiß ich, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ansonsten, news-technisch hat sich, glaube ich, nicht so viel getan, außer, dass ich jetzt auch gerade das gelesen habe, Warren Buffetts Verkaufsfälle steht einen Marktcrash bevor. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie, ich habe es ja gerade am Anfang des Videos gesagt, ich habe irgendwie ein mulmiges Gefühl für nächste Woche. Wir hatten schon einen Krypto-Abverkauf, wir werden uns gleich nochmal die Stockmärkte ja sowieso nochmal angucken. Ich bin nicht so wirklich überzeugt, dass wir nächste Woche noch bullisch sein werden. Aber ich gehe jetzt gleich nochmal ein bisschen näher darauf an, wenn wir uns die Aktien-Marktys so angucken. Kryptotechnisch, wir hatten unseren Abverkauf. Wenn wir jetzt hier nochmal eine Erholung sehen sollten, wäre es wirklich für uns eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir können uns hier nochmal ganz kurz ins HIP-Level ziehen, damit wir wissen, okay, wo sind unsere Widerstände. 0,5er Fibonacci Retracement Level passt hier auch perfekt mit dieser Ineffizienz. Maximaler Pump bis 62.500 US-Dollar. Mit dem Monats-Pivot würde ich maximal noch eingehen, ob das überhaupt noch erreicht wird in den nächsten 2-3 Tagen. Wird sich dann noch zeigen. Ansonsten, Trade läuft, Short wäre hier oben. Weiter tiefer wäre dann die nächste Long-Position, erst hier bei 55.000 US-Dollar. Ethereum hat grundsätzlich fast sein Ziel erreicht, aber ich habe ja gesagt, hier werde ich nicht in die Short-Position reingehen, erst wenn wir eine Long-Position haben. Die Ineffizienz hat er sich wirklich auf den Dollar genau gekrallt, also das sieht schon mal gut aus. Trotzdem, hier habe ich gesagt, wir gehen hier nicht Long, beziehungsweise nicht Short. Die Long-Area für mich ist einfach hier unten bei knapp 2.380, beziehungsweise bis runter 2.280 US-Dollar. Das sind die wichtigen Zonen für mich. Darauf kommt es an. Hier hat sich bis jetzt nichts getan. Also wir hatten jetzt auch keinen elendigen Pump gestern, so wie bei Bitcoin, dass es sofort wieder nach oben geschossen ist. Hier eher so ein leicht aufsteigender Kanal, der mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich gefällt. Also hier warten wir ab. Wir warten, was wir da unten in unsere grüne Box kommen, für einen potenziellen Long-Short ist einfach hier meiner Meinung nach deutlich zu riskant. Vor allem, weil wenn wir uns das mal von unserem Hoch bis zu unserem Tief jetzt hier runtergehen, wenn wir noch ordentlich Potenzial hatten, hätten wir theoretisch bis 2.656. Das heißt, was ich gerade zu Bitcoin gesagt habe, 62.500 sind hier noch drin, sind bei Ethereum theoretisch sogar noch hier oben die 2.650 US-Dollar drin. Also das wäre so jetzt Alternativ-Szenario, wo wir dann hier oben über einen Short nachdenken können. Aber da kommt es jetzt wirklich darauf an, wo steht Bitcoin dann. Das war jetzt das Szenario eher, wo ihr mit euch gestern gerechnet habt, dass wir runtergehen. Jetzt, dadurch, dass Bitcoin noch ein bisschen Luft nach oben hin hat, gehe ich eher davon aus, okay, Ethereum doch noch ein bisschen höher und dann hier oben Short-Area und dann knallt es runter. So, gehen wir rüber zu Gold. Hier hat sich nichts geändert. Wir warten hier weiter auf unsere Short-Box. Also hier können wir kurz und knackig sagen, es tut sich nichts, Volumen sinkt. Die Divergenzen sollten wahrscheinlich auch nochmal ordentlich ansteigen, aber unsere Short-Box ist einfach hier oben 2.530. Da wird die Short-Order getriggert und dann Stop-Loss würde ich dann irgendwie hier oben bei 2.570 oder sowas legen. Wir können uns das mal ganz kurz nochmal einzeichnen. So 2.570 wären ein Risk von 1,5 Prozent. Das ist absolut human, wenn ich mit einem größeren Knall nächste Woche dann möglicherweise rechne. So, warum rechne ich mit einem größeren Knall? Das werde ich euch jetzt mal sagen. Nicht nur, weil ich jetzt diesen Artikel gelesen habe. Ich habe irgendwie schon seit ein paar Tagen so ein mulmiges Gefühl, September könnte richtig runterknallen. Wir beginnen mal mit dem S&P 500. Wenn wir uns mal die letzten Wochen so angucken, wo es schlagartig, aber wirklich schlagartig wieder nach oben ging und geschallt ist. Es ging auf 11 Prozent hoch, gestern leichte Korrektur, jetzt sind es nur noch 9 Prozent. Habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Und ich habe euch gestern schon gesagt, egal welcher Markt, diese Tops hier oben sollten überall nochmal kurz erreicht werden, bevor wir dann möglicherweise runter scheppern. So, nächstes Beispiel, DAX, gleiches Ding. Guckt euch diesen Pumpen an, das sieht absolut unnormal aus und überhaupt nicht mehr wirklich seriös, muss ich jetzt ehrlicherweise mal sagen. Hier drüben hatten wir überall noch Hoffnung, okay, Inflation etc. sinkt. Hier ist keine Ahnung, was hier komplett plötzlich gestört hochgeht. 11 Prozent. Gestern waren wir noch bei 9 Prozent. Überlegt euch das mal. Wir sind jetzt hier auch in einem Short Area. Das heißt, DAX könnte sein, dass wir heute noch auf jeden Fall in Short eingehen werden. Ich werde mir jetzt das Opening noch angucken. Also Opening, wie die Börsen so eröffnen. Wir haben noch ein bisschen Luft. Also für mich wäre es perfekt, wenn wir die 18.900 oder sogar nochmal die 19.000 Punkte knacken und dann Short reinmachen. Aber grundsätzlich für mich absolut jetzt Short Area. S&P 500 Short Area. Dow Jones auch an den Tops hier mittlerweile. Wir hatten gestern noch Nvidia-Zahlen, die ich, ich weiß nicht, ob es jemand gepostet hat. Ich glaube nicht. Ne, anscheinend nicht. Die auch noch Auswirkungen haben könnte, aber auch hier Dow Jones hat seine Tops ziemlich wieder im Blick. Wir haben überall grandiose Tops mittlerweile, die nächste Woche wirklich noch getriggert werden könnten. Dann liest du so einen Artikel von Warren Buffett. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was Krypto anbelangt, auch wegen diesem Wig auf 44 bis 48k Volumen sinkt. Es gefällt mir alles einfach nicht. Deswegen versuche ich derzeit wieder ein bisschen mehr zu shorten, weil der Markt es einfach hergibt. Nur meine kleinen Gedanken so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass September könnte sehr, sehr bearish werden. Wir könnten einen stärkeren DXY wieder erleben, der jetzt hier auch am Support ist. Übrigens, das wollte ich noch dazu sagen, Take Profit 1 bitte beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Also das habe ich ja gestern schon in die Telegram-Gruppe geschrieben. Hier läuft Euro Short gut. Bitte, genau. Habe ich alles dazu geschrieben. Also da auf jeden Fall Take Profit 1 Stop Loss Entry und laufen lassen. Mich würde einfach mal euer Gefühl interessieren, ob das jetzt nur so ein vages Gefühl von mir ist oder von euch möglicherweise auch. Ich habe das Gefühl, der September könnte knallrot werden oder zumindest mal komplett dumpen, bevor wir dann im Oktober zu den Wahlen, beziehungsweise doch, ich glaube Oktober sind Wahlen oder November, bevor wir dann wieder langsam hochschießen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, ob ich da auf der falschen Fährte bin oder sowas. Aber mir gefällt das ehrlich gesagt gerade gar nicht. Deswegen heute möglicherweise noch ein DAX Short, vielleicht noch ein S&P 500 Short. Euro läuft gut. Den Short lassen wir auf jeden Fall laufen und ansonsten Gold möglicherweise heute nochmal hochknallen, bevor wir dann auch hier Short gehen. Ansonsten war es das von mir. Ich habe euch, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Eventuell kommt heute noch ein zweites Video, Zwecks Altcoins, mal nochmal kurz zum Stand bringen. Aber werde ich dann später entscheiden. Ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay crypto.